Und sie bewegen sich, und sie sind weiß, und aahhh! Und sie sehen aus wie Pimmel. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Binding of Isaac. Ich hab einfach, ich nehm einfach mal hier weiter auf, wo ich das letzte Mal aufgehört hab. Weil, ich mein, bei den ganzen Sachen hier, die ich hier habe, da will ich nicht einfach meinen Spielern aufgeben. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt hier sofort sterbe, dann würde ich auf jeden Fall die Aufnahme einfach kurzzeitig beendern, oder nochmal neu versuchen. Zumindest hab ich dann einfach nochmal Isaac aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, genau, ich geh einfach mal direkt zum Boss. Ich hab ja sonst nix zu tun. Ich mein, ich hab ja auch gute Sachen. Ach, komm, den mach ich doch locker platt. Außer ich sterbe jetzt, dann wäre das übelsthaft safe. Lauter Sound! Forte Lulz! Ah, wow! Yeah, yeah! Okay, komm, den krieg ich auch noch. Los! Ah, verdammt! Geh weg! Aua! Spacken! Nein, nix! Los, verreckt doch! Genau! So ist er fallen! Und du auch! So! Und tot bist du! Komm, los! Los! Na los! Verreckt doch! Nein! Nein, nein! Nicht da! Los, komm! Los, komm! Krieg doch endlich Schaden! Ich hab dich gleich dauer. Ja! Sauber! Woo! Yeah! Super! Nein! Ja! 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 Holy crap! Wooden Spoo... Okay! Wow! Speed up! Woo! Okay! Und rein da! Ja! The Caves 1! Eine Truhe! Er liegt in der Truhe! Und er atmet! Ganz laut! Aha! Okay! Plumm! Okay, gut! Well! Versuch es einfach mal hier mit Taktik anzugehen. Vielleicht kann ich dann auch diesmal etwas weiterkommen. Nein! Böse! Da war gerade mein Freund im Weg. Los, komm! Verreckt doch endlich! Määh! Diese komischen Geräusche! Wie viel Leben hat denn der Junge? Los, komm! Ich bin schneller als du! Yeah! Yeah, yeah! Was haben wir hier, Nettes? Ich hab genügend Bomben. Ich kann das hochjagen. Vielleicht ist der... Ja, okay. Zwei Münzen. Und Nickel! Und nochmal... WTF? Okay, das war gut. Das freut mich auf jeden Fall. Ich geh mal hier rein. Hm... Ich weiß nicht... Ich könnte mir eins von den blauen Herzen... Na, toll. Ich könnte mir eins von den blauen Herzen holen. Da hab ich schon mal ein bisschen was. Äh... Ix... The Hermit. Gut. Kenn ich nicht. Einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, was die... Was diese Karten nochmal genau machen. Ich glaub dann hat man einfach irgendwie für einen Raum oder sowas einen Boost. Wenn ihr es besser wisst. Wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Yeah! 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 Ich bin so overpowered, man! Da oben will ich nicht reingehen. Da kann ich nicht reingehen. Weil ich muss hier an das Ding dran. Dann geh ich hier unten rein. Und down you go! Wow! Wow! Komm los, sterb! Ah, nein! Los, weg! Ah, ich glaub ich kann das Viech nur angreifen, wenn es... So, macht es. Genau. Ah! Ah, jetzt verstehe ich gut. Das ist aber ne miese Sache, weil wenn man näher kommt, dann kann der einen besser angreifen. Und nur dann kann man ihn aber angreifen. Okay. Miese Sache... Wow! Oh nein, nicht die Teile. Ich mag die nicht. Na, los, komm. Na, los, komm. Sterb doch. Eigentlich machen die ja nichts Großes, aber die gehen einfach voll auf die Nerven. Und die bewegen sich und sie sind weiß und... Und sie sehen aus wie Pimmel. So, komm. Das ist doch kein... Keine große Schwierigkeit für mich. Und down you go! Ah, dann geh ich gleich mal hier oben in den Raum rein. Und hoppedi hoppedai. Moms... Moms... Bra oder sowas ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder ob ich das dann was dazu anhaben kann. Ich seh... Mach's einfach mal. Moms bra. Space. Ich weiß nicht, was der tun kann. Ich... Wasser... Ich geh einfach mal in den Bossraum. Also es ist zwar eigentlich ein ziemliches Wagnis. Moment, da ist mein iPod wieder ausgegangen. Es ist eigentlich ein ziemliches Wagnis, wenn das... Wenn ich das so richtig sage. Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich probier's einfach mal. Versus Chop. Oh, sieht doch nicht süß aus. Oh, guck mal. Der lächelt. Oh, der will mich gar nicht angreifen. Ah, haha. Und alle Gegner frieren ein. Wow, Moms bra ist ziemlich gut. Wow, das hat nicht viel gebracht. Wow, der ist auch nicht so süß, wie ich dachte. Wow, der ist auch nicht so süß, wie ich dachte. Wuhuuu. Stopp. Stopp. Okay. Du darfst nicht wachsen. Blödes Teil. Du musst nämlich sterben. Ja, nette Zähne hast du. Wenigstens pustet dir die gründlichste Zähne. Wow. Was? Nein. Woher soll ich wissen, was diese Karte bringt? Und wieder zurück. Wieder runter da. Zum Boss Raum. Wow, wehe. Der ist jetzt nicht mehr so gedamaged, ey. Das ist richtig... Wow, wehe. Der hat jetzt nicht die ganzen Sachen da abgezogen. Das wird so mies, ne? Wow, wehe. Wehe, 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 wehe. Boah, nein. Oh, das werde ich sowas von verlieren, ey. Mann. Der war doch grad schon so halb tot. Und jetzt... Ich wollte einfach mal gucken, was das bringt. Ich hab gedacht, das wäre irgendwie so ein voll krasser Schaden. Und dann... Gott, sowas. Der erinnert mich an das Ding von Man in Black, was irgendwie in dem zweiten Teil, glaub ich, in dem U-Bahn-System immer haust. Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Ich weiß nicht, der hieß irgendwie Fred oder sowas in dem Film. Aber der sieht genau so aus. Das ist auch so ein Viech. Der guckt zumindest so. Zumindest nicht so glücklich. Ein bisschen ekliger, aber... Ist auch nicht froh gewesen. Nur der hat U-Bahn-System gefressen. So, komm. Ah, so. Wollen wir mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Uah. Sieben Minuten. Sieht auch ganz gut aus. Mäh. Du hast Mundgeruch. Ja, ich bezeichne deine Kinder als Geruch. Hast du was dagegen? Spast, ey. Bezieht das dem Schaden, wenn ich die töte? Yeah, yeah. Oh, oh. Ich muss den einmal hier abschießen. Los, komm. Los, sterb doch endlich. Nein. Hör auf, die raus zu scheißen. Äh. Oh, yeah. So, komm, verreck. Los, komm, verreck doch. Mann. Mann. Nein. Los, verreck. 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 Nein. Verreck. 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 Äh. Los. Los, 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 los. Verreck. Verreck. Äh. Nein, 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 nein. Ah. Nein, ich mag dich nicht. Du sollst sterben. Los, komm. Hallo. Genau. Immer schön deine eigenen Kinder auffressen. Du bist so dämlich, ey. Ich beleidige gerade ein Videospiel. Ich bin selber dämlich. Und nochmal Tränen. Komm. Tränen des Triumphes. Yay. Alter, ist das laut. Oh Gott. Wow. Du. Down you go. Bitch. Äh. Jesus juice. Äh. Ich bin mir nicht sicher. Ob ich das benutzen soll. Soll ich? Ich mach einfach mal. Yay. Range and tears up. Okay. Rein da. Yeah, yeah. 9 Minuten 34. Haha, du hast keine Hose an. Okay. Dann mach ich einfach mal hier weiter. Überziehen wir mal ein bisschen. Wow. Das ist ja wiederum nicht mehr so cool. Ich glaube, das zieht mehr Leben, wenn ich in diese Scheißdinge hier reinlaufe. Wow. Die explodieren? WTF? Oh. Nein. Wow. Aua. Komm. Du hast verreckt auf. Ein Leben noch. Ich darf hier nirgendwo reinrennen. Nein. Nein. Oh Gott, meine Fresse. Da war ich soweit. Zumindest war ich jetzt mal in dem vorletzten Level. Äh. Da wir hier bei 10 Minuten ungefähr angekommen sind, sag ich einfach mal, ich beende diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's live a name of Isaac. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. room EntscheidungsBL reference wolf